Wieder, wieder Crewmate, Alter. Ich bin Crewmate, ich sterbe als erstes. Das ist alles so, so, so unspaßig. Äh, Residenz-Liebeaufgabe. Oh, scheiße, ich muss es glatt ausmachen. Alright, also, 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 ich war bei Medbay, hab mich gescannt, bin Cafeteria gelaufen. Ganz kurz, wo warst du? Ich hatte Med nicht offen. Bei Medbay, hab mich gescannt, bin Cafeteria gelaufen, hab Res bei Weapons gesehen, bin unten zur Navigation gegangen und da lag Caruso. Okay, was ich eigentlich sagen kann, ich hab Caruso auch gesehen. Ich hab Danny da auch gesehen, da bin ich am Anfang lang gelaufen. Ich hab Max aber da auch gesehen, also Trimax. Okay. Mit welcher Farbe bin ich die ganze Zeit rumgelaufen? Max, du hast mir hinterher, Danny. Wer war die ganze Zeit neben mir, als ich die Task gemacht habe? Das war nicht ich. Ey, Navigation ist ganz recht, ne? Einer war die ganze Zeit neben mir, wer war denn das? Ich hab die Farbe nicht. Ja, ganz klar, es war Waze wahrscheinlich. Jetzt kann ich gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, aber ich bin ich. Ja, Waze, weil du warst bei uns in der Nähe, weil du bist an mir und Max ganz kurz. Ja, das ist ja vorbeigelaufen. Kevin und Marco waren ewig in Electrical. Ja, ich war in Electrical mit Brandon und Brandon, genau. Ja, Fretan war da, Kevin ist auch nachgekommen dann, ja. Wer war denn noch alles rechts? Ja, ich war oben bei Weapons. Ich war rechts. Ja. Reese war bei Weapons. Ich hab dieses Shooter-Spiel da gespielt. Waze, wo warst du? Ich bin gerade, also wo gewartet wurde, war ich in Storage. Irgendein Weirdo war die ganze Zeit neben mir, aber sagt es jetzt nicht. Ich hab nicht drauf geahnt, wer es war. Weirdo klingelt bei Waze für mich ein bisschen, muss ich sagen. Das Klingel ist Waze. Er hat Benni nicht gesagt, dass... Ich glaube, ich war in Storage. Ich war nicht ganz Zeit neben Trimax. Nein, ich war safe in Storage. Ich musste nur kurz auf der Map gucken, wie das heißt. Wer hat ihn in Storage gesehen? Meinst du Waze? Ich hab Waze in Storage gesehen. Brandon, wo bist du denn nach hingerannt? Max, weil über mir und Waze war unter mir. Wann gerade eben oder wann? Ich war die ganze Zeit bei Kevin und Fabo und ich bin zurück. Also ich wollte Richtung andere Tasks, aber weil... Ja, wo, also zu Storage, nicht zu Storage? Ich weiß nicht, Romart hat das Mikrofon nicht. Oh, mein Mikrofon geht. Hallo, hallo. Oh. Wo war die Leichen? Alright, wir skippen, aber Romart hat sich das nicht gesagt, ne? Wo war die Leichen? Ich hab gesagt, dass ich in Admin war! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Romart hat auch... Okay, dann faust ich nur an Skippt. Okay, dann die Pizza. Wie skippt man denn? Unten links unten. Unten links unten ist so Skippt. Trimax hat sich selber gefunden. Ja, wohl, der hat sich selber gefunden. King. Das heißt, er ist keine Poster. Alright. Ich durch. Keine Sache. Keine Sache. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020